Ich bin Robin und bin gerade auf dem Petersberg, nicht alleine. Bei mir ist Lisa Marie, kommt zu mir aus Bad Berghafen. Und du bist größter Silbermond-Fan. Du hast dich an uns gewandt mit einer Challenge. Silbermond einmal zu treffen. Wir haben uns wirklich richtig ins Zeug gelegt und haben da was für dich möglich gemacht. Das ist exklusiv, das ist grad Soundcheck. Und dann wird die Band nur für dich einige Songs spielen. Yay, cool, ich freu mich, das ist riesig, danke. Das ist das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, geht in Erfüllung. Du wirst die Band persönlich treffen? Das was ich mir eigentlich gewünscht habe geht in Erfüllung. Bis vor zwei Stunden dachte ich, du darfst in die erste Reihe und dann dann ja und ihr dürftet treffen. Okay. Bin ich gerannt aus der Schule, um Ticket zu bekommen. Vor 18 Jahren war das erste Erfurt. Vor 13 Jahren. Wir sind alle noch genauso fantastisch. Wir machen auch gut, oder? Ja, unbedingt. Das ist das Schönste, was man als Fan natürlich haben kann, als Geschenk.